Hey Leute, wie geht's euch? Wir sind wieder back zu einer neuen Folge der Manga-3er und mal wieder nicht alleine uns bei den lieben Daniel und den Chris dabei. Was geht, Leute? Was geht? Was geht? Habt ihr unseren Stream gut überstanden? Habt ihr die 3-Stunden-Aufnahme gut überlebt? Wie geht's euch jetzt so danach, eine Woche später? Ich fand's mega geil. Ich hab mir gedacht, das kann man eigentlich immer machen. Aber dann ist ja das Special wieder weg. Ich hab mir gedacht, war geil, aber muss man nicht immer machen. Hat Spaß gemacht, machen wir nicht wieder. Damit's ein Highlight bleibt, damit's ein Highlight bleibt, nee, hat mir gespaß gemacht, die Figuren sind auch inzwischen alle auf dem Weg, also, ah, nice. Ja, deswegen sind sie nice. Hat Spaß gemacht und das nächste Mal... War eine geile Folge, find ich auch. Wird bestimmt auch cool. Was geht bei dir, Noah? Bei mir geht's tatsächlich nicht viel, nur so wegen der Transparenz und so, ne? Also, eben hatten wir einen kleinen Anlauf, ne? Und da gab's ein Live-Tasting vom Gunnergy, ne? Eis. Da hat mein Internet wieder abgekackt, ja. Und ich hatte eine richtig schöne Überleitung, so, damit ich das Eis breche, weißt du, und dann hab ich den hier reingehalten und, ach, es war so gut. Und ja, also, ich hab's schon bewertet, ne 7,5 von 10. Ist ganz nice, ähm, ja. Ja, aber der Kaktus halt auch probiert. Und du sagtest, die Rebull-Version davon ist besser, oder? Sagst du? Von dem Kaktus? Äh, safe. Umwelten, Alter. Irgendwie Kaktus, der schmeckt so richtig schämig, Alter, wenn ich das sage. Also, ich hab auch gestern mit Kollegen drüber geredet, ey, jedes Monster Zero schmeckt richtig geil eigentlich. Also, das Weiße ist das Beste, dann gibt's noch dieses Pinke, schmeckt auch richtig geil und da schmeckt man nicht so krank das Zero raus, ne? Aber bei Gunnergy hab ich das Gefühl, auf jeden Fall bei dem Kaktus, da schmeckt man so hart dieses Künstliche daraus, das ist krank. Ja, ja, ja. Also nicht, dass andere Energies nicht künstlich sind, aber das war's, ich weiß, was du meinst, glaub ich. Ja, ähm, ja, so, dann sag ich nochmal kurz den Aufbau der Folge, diesmal weiß ich nämlich, wie es so gelöst ist. Genau, ich wollte sagen. Und zwar fangen wir an mit einer kleinen Nachricht von mir, dann machen wir weiter mit Anime Manga, wer bin ich? Da haben wir uns natürlich wieder hier nicht lumpen lassen, ne schöne Runde rauszusuchen. Und dann haben wir natürlich alle schön Fragen vorbereitet, weil wir professionell sind. Ähm, die gilt es dann auch noch zu beantworten. Und am Ende noch ein Freunde-Quiz. Okay, wir haben viel vor. Ich hab die Karten nicht in diesem Zimmer, also das können sich die Leute direkt aufschwingen. Oh, oh, guck mal, alle haben abgestimmt für, ja, wieder Freunde-Quiz. Sie haben gesagt, so, ey, im Stream, so, ey, bitte lass es nicht entfliehen, weißt du. Ich tue alles, was ich kann, Leute. Die Fake-Accounts und die Bots, die kamen. Genau, ja, 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 ja. Guck mal, das liegt an Daniel. Daniel hat es reingebracht, Daniel hat es auch wieder rausgebracht hier, so. Eben. So, äh, ja. Erstmal richtig aufs Topic vom Anfang an weg, damit wir auch gleich mit dem Manga-Thema reinschauen können. Ähm, Grüße gehen an den raus, der mich erkannt hat auf meiner Arbeit. Auch lustige Story, muss ich jetzt nicht nochmal extra erklären, aber der weiß, wer gemeint ist. Ja, stimmt, Grüße. Ja, wohl. Und, ähm, jetzt gehen wir direkt drüber zum Manga-Thema. Und zwar, ihr wisst ja, mein kleiner Marathon bis zur Dokumie mit Sunken Rock und so, ne? Ich bin jetzt fast mit Band 4 durch. Ähm, ich hab ein bisschen länger Zeit bekommen, tatsächlich. Ähm, ein Marathon. Dann verwende nicht das Wort Marathon. Wenn's fünf Tage vor Dokumie ist, du bist bei Band 4 und sagst, ich hab jetzt noch mal länger Zeit gebraucht. Guck mal, ey, chill doch mal. Dann ist das ein Weg zum Späti, ohne keinen Marathon. Das ist so, so eine Wanderung eher, oder so. Ja, wir haben's jetzt so abgemacht, dass ich... Ich finde, Wanderung ist auch ein starkes Wort, also. Ja, das ist so abgemacht, dass ich, äh... Ein abgebrochener Spaziergang. Per Post, per Post, äh, zuschicke und nicht so Dokumie mitnehme, weil das ein bisschen auf Krampf wäre. Und da hab ich vielleicht noch eine Woche länger Zeit, deswegen alles sehr cool, entspannt, nice. Und, äh, wie mir Sunk'n'Rocke bis jetzt gefällt, äh, bis, äh, Mitte Band 4. Richtig, richtig geil. Macht mega Bock. Die Zeichnungen sind on point. Der Edgy-Anteil ist natürlich wieder göttlich. Chris und ich. Ja, normal, ja. Ja, das hat ja den gleichen Geschmack und Chris hat ja schon gesagt, dass, äh, es mir sehr gefallen wird und es tut's auch. Äh, ein bisschen so vom Inhalt, manchmal ein bisschen schleppend, finde ich, äh, bei den Casino-Ark, wo ich gerade war, hab ich das Gefühl gehabt, könnte man so die Hälfte rauscutten. War ein bisschen langgezogen, aber die Action war geil, die Zeichnung geil und Cherry, ist auch geil. Äh, ja, so viel zu Sunk'n'Rocke auf jeden Fall. Bin da jetzt Mitte Band 4. Und ich habe die erste Folge der dritten Staffel von Konosuba angeschaut. Das ist jetzt, glaub ich, auch mit der Season vorbei. Elf Folgen, glaub ich. Und ich musste auch bei der ersten Folge wieder direkt lachen. Alter, Casuma ist bester Mann. Ich liebe ihn. Aqua auch. Es macht einfach mega Bock. Konosuba ist ein richtiges Wohlfühlwerk, Comedy. Geil, Alter, mit Fantasy-Elementen. Ihr müsst da reinschauen. Und ich weiß, dass ihr nicht reingeschaut habt, weil ich es eben schon gesagt habe. Ich werde auch nicht reinschauen. Aber wo ich reinschauen werde, aber wo ich reinschauen werde. Oh, lass mich raten. Lass mich raten, ich weiß es nicht. Komm, 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 ich sende es zu dir rüber. Tower of God. Tower of God, Staffel 2, Leute. Denn die erste Staffel kam 2020 raus und ich habe die übelst gefeiert. Und ich weiß, dass meine zwei Bros... Nicht 2017. Nicht 2017, wie ich zuerst dachte. Aber wir haben sie alle drei gesehen und wir sind alle drei Fans. Ja, Mann. Habt ihr denn eigentlich den Monmouth weitergelesen? Ein bisschen, ja. Ich bin wirklich... Aber nicht die 600 Chapter. Okay, weil ich habe den damals aktuell gelesen. Der war damals sogar auf Deutsch. Also das... Ich schätze mal, ich schätze mal, ja. Unfassbar geiler Manoar. Wenn es zehnmal auf Deutsch gibt, würde ich mich unfassbar freuen, weil das halt wirklich so ein großer, krasser Titel ist. Also unfassbare Charaktere, krasses Kampfsystem, Worldbuilding unfassbar gut. Und natürlich, wie hieß sie? Rachel? Rachel, ja. Für mich ja sehr Rachel. Rachel. Eine sehr nette Dame, ne? Also sehr freundlich. Sehr sympathisch. Ja, ich freue mich mehr von ihr zu sehen. Also da freue ich mich krass drauf. Weil so jetzt so Seasons und so bin ich gar nicht im Hype drauf. Also Kaijohn Number 8 zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr da so seid. Aber warte nochmal, bevor du das Thema skippst. Weißt du, wenn ich übelst gefeiert habe bei Tower of God? Ich weiß den Namen natürlich gerade nicht. Äh, diesen Kroko. Der ist auch cool. Ja. Aber ich meine eigentlich einmal die Tochter von dem König, weiß welchen, die mit den langen schwarzen Haaren, die so richtig cool ist, die am Anfang unserer Bahn hilft. Ja, ja, ja. Ja, ja, doch. Und der, der Nanamis Stimme hat, der Blonde. Voll, voll. Und da habe ich wirklich, da habe ich das erste Mal so richtig diese japanische Synchronstimme wahrgenommen und dachte mir so, Alter, ist das eine geile Stimme. Und das ist ja dieselbe Stimme wie von Dings, also ja, stimmt, wie von Anami hier, genau, wie du Gott gesagt hast. Und wer noch, ich glaube, aus Attack on Titan spricht der doch auch bestimmt irgendjemanden. Ähm, er hat Hannes gesprochen. Ah ja, genau. Ja, okay. Aber als zweites, als erster war ja ein anderer Hannes, aber ich glaube, der Synchrosprecher in Japan ist gestorben und dann hat er übernommen und nochmal resynchronisiert, dass man auch bei Staffel 1 sehen hört. Aber auch eine längere Geschichte. Ja. Aber es ist wirklich der Chaotiker, also. Auf jeden Fall. Das wird geil. Hoffe ich. Hoffe ich. Safe. Ja, Mann. Ich bin auch gespannt. Wenn mich die Staffel nochmal genau so catcht, dann mache ich vielleicht noch mit dem Manu mal weiter, aber jetzt freue ich mich erstmal einfach noch auf die Staffel. Aber ich glaube, in den vier Jahren sind noch ein paar Chapter dazugekommen, ne? Also, das ist wirklich, das ist wirklich so ein bisschen One Piece mäßig. Nicht nur von der Länge her, sondern auch vom ganzen Vibe, aber irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sofort sagen, irgendwie besser, aber, äh, also wer One Piece mag, was ja viele Leute wissen. Aber die Zeichnungen am Anfang von Tower of God sind jetzt nicht, not the yellow from the egg. Ja, aber die Fall One Piece sind seit 70 Bänden, not the yellow from the egg, so. Ja, aber am Anfang auch wieder war. Ja, ja. Ne, aber das wird hoffentlich cool. So. Yes. Macht ihr mal weiter. Ich habe keinen Bock mehr zu moderieren, ja. Also Leute, wir spielen jetzt eine Runde, wer bin ich? Äh, tatsächlich kam jetzt die Anfrage, meine DMs, ob wir das mal wieder machen könnten. Und, äh, ja, im Podcast haben wir das ja so noch nie gemacht. Wir haben's, das war unser allererstes Video zusammen, da hat jeder auf unserem Kanal, also wenn ihr ein bisschen weiter zurückstrollt, so Anfang 2022, glaube ich, ja, da haben wir schon mal gemeinsam, wer bin ich, gespielt. Okay. Als wir Chris besucht haben, haben wir, haben wir das auch gespielt. Die Aufnahme gibt's nicht mehr, sagen wir mal so, ne? Ne, Mann. Ey, ich hätte so gefeiert, wenn man die noch irgendwo hätte und die noch mal hochladen könnte. Zum 1-Millionen-Abo-Special hätte ich die hochgeladen. In dem Moment hätte man wirklich gedacht, so, ey, der Manga 3 ja trennt sich, Digga, der hält nicht mal an. Ja, das ist ja schon. Dabei, dabei, ich weiß nicht mehr, aber irgendjemand hat halt Chris jemanden aus Evangelion gegeben und halt jetzt nicht Shinji oder so. Oder war das Bleach? Oder ich war das... Tokio Ghoul! Tokio Ghoul! Ach, oder Tokio Ghoul, ach, oder Tokio Ghoul, ne? Genau. Ja, und dann Prost, weiß ich noch. Oder Arima. Arima kennt jeder, Bruder. Digga, aber ich hab... Ey, lass... Das geht schon wieder los. Genau so fixst du an, bitte. Warte, diesmal, also, normalerweise sind's wir zwei, aber diesmal sag ich, stopp, halt stopp, Kite. Halt stopp. Jetzt sollen wir erstmal, also, wir können das ja in den nächsten Folgen immer mal vielleicht am Ende machen, wenn ihr das feiert. Jetzt haben wir mal ein bisschen einfacher gemacht, dass das auch mal lösbar ist, sag ich mal. Bisschen. Also, das heißt, das heißt, ich hab jetzt Chris jemanden gegeben, Chris hat Noah jemanden gegeben und Noah hat mir jemanden gegeben. Ja, und wir würden das mit den Namen gleich einblenden. Wer mitraten möchte, schaut eben kurz weg oder wer da eh nur zuhört, macht genauso weiter. Und, äh, wer aber so ein bisschen direkt die Lösungen direkt sehen möchte und dann halt, äh, sich da gleich so, oh, du bist so dumm, wie konnte er das nicht wissen, du bist so voll logisch. Ähm, ja, der oder die kann das auch so machen. Deswegen würden wir jetzt einfach mal einblenden, wer wir hier sind. Grabs übernimmt, hoffentlich. Also, drei Sekunden nach dem jetzt, weil wenn du jetzt sagst, das ist ja so. Ja, ja, genau. Das ist richtig. Das ist, das ist auch richtig. So, äh, wir wissen, also, was, nee, warte, wie formuliere ich das? Wir, wir, wir haben jetzt alle unsere Dinger, ne? Ja. Also, Noah, du hast mein Guest für Chris erfahren. Mhm, mhm. Ich hab von... Mir den Guest für Noah erfahren. Genau. Okay, cool. Genau. Wer fängt an? Ich. Mh, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, wirklich. Bin ich ein Mensch? Ja. Ah, ja, nein, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch, ne? Ich hab auch die Suche geantwortet. Ja. Wir sagen nein, oder? Nein, also, ich glaube, wir können ja sagen, um ihn nicht zu... Auch zum Teil, man ist zur Hälfte, der Hälfte zählt auch, also... Um ihn nicht zu verwirren, genau. Um ihn nicht zu verwirren, würde ich ja sagen. Und, Leute, für die Zuhörenden, ähm, wenn man eine Ja-Antwort kriegt, darf man natürlich weiter machen, weil eine Nein-Frage ist der Nächste dran. Genau. Okay, also ich bin ein Mensch, ähm, komme ich in einen Battleschonen vor? Ja. Ja. Wird der Battleschonen auf Manga Plus veröffentlicht? Uff, Digga. Äh, erzähl mal was anderes, ich schaue deshalb einfach nach. Okay, ähm, habe ich das Werk gelesen oder geschaut? Ne, ne, Moment mal, nicht andere Fragen, sondern was anderes, damit ich hier nachschauen kann. Ja, dann schau mal. Andere Fragen darfst du nicht stellen. Äh, ja, tatsächlich. Okay, habe ich es gelesen oder geschaut? Ja. Ja. Sonst wäre ja so. Ja, sonst wäre gemein. Okay, läuft der Manga gerade noch? Nein. Also abgeschlossen, okay. Nächster. Bin... Willst du weitermachen, Daniel? Och, jetzt habe ich irgendwie schon so selbstverständlich angefangen. Entschuldigung. Ne, mach weiter. Bin ich in einem Shonen vertreten? Ja. Ja. Bin ich in einem der Big Three vertreten? Nein. Okay. Okay, na gut. Okay, dann bin ich dran. Äh, bin ich menschlich? Ja. Bin ich ein Mann? Äh, äh, äh. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie bei mir. Aber ja, ja. Genau, also wir, wir sagen ja, um dich nicht zu... Na gut, aber da ist es sogar offensichtlicher, finde ich. Nein, wir können es auch belegen am Ende von mir aus, aber okay. Okay, also ja. Okay, wir sagen ja, um dich nicht zu verwirren, aber nein, nicht männlich. Okay, alles klar. Noah? Okay. Ähm. Ich bin ja ein Shonen, also kein Sänen, ähm. Wischerweise, krass, danke. Ähm. Ist der Manga, in dem ich vorkomme, in den letzten vier Jahren abgeschlossen worden? Hm, nein. Ich würde auch nein sagen. Also vorher, okay, danke. Spiele ich in einer abgeschlossenen Reihe? Nein. Okay, in einer laufenden, okay. Ja, das hätte ich andersrum fragen sollen. Na gut. Spiele ich in einer abgeschlossenen Reihe? Nein, nein. Okay, okay. Ähm. Ich bin sehr weit gekommen bisher. Das ist gut, ich weiß, dass ich menschlich bin. Vielleicht. Gibt es in dem Manga von mir übernatürliche Kräfte? Ja. 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 Okay. Ähm. Bin ich aus... Nee, ich will nicht direkt vor reingehen. Äh, bin ich männlich? Ja. 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 Dankeschön. Okay. Komme ich aus den Dark-Trio? Nein. Mach keinen Sinn. Seien Sie was auf Schluss. Sides Paradise, das habe ich nicht geguckt. Oder gewesen. Ja. Dumm. Okay. So. Ich spiele in einer laufenden Reihe. Ja. Ja. Krass. Bin ich bei der... Jump oder Jump Plus? Achso. Ja. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich bin so los bei mir. Bin ich im Dark-Trio? Ja. Ja. Okay, dann bin ich in JJK oder in Chainsaw Man. So, wie kann ich das ein bisschen rausfischen, was ich jetzt brauche oder was ich habe? Ich glaube, Daniel wird das erste Fertig. Ja, safe. Okay. Ja, okay. Okay, okay. Hm. Hm. Ja, gut. Ich muss einfach 50-50 machen. Ja. Hm. Hm. Aber ich habe Angst. Hm. 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 Ich spiele in einer laufenden Reihe. Ja. Also, muss ja. Ja. Wenn meine Reihe nicht abgeschlossen ist. Ähm. Und ich bin weiblich. Nur beantwortet. Ah doch, ich weiß es wieder. Und ich bin weiblich. Ja. 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 Okay. Habe ich, ähm, spiele ich, also gibt es von meinem Werk einen Manga und ein Anime? Ja. Ja. Okay. Habe ich den Manga meiner Sammlung? Ja. 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 Ich meine nicht. Schäm dich. Nee, das... Okay, okay. Der hat es schon. Ähm. Spiele ich, äh, in einem Shonen? Ja. Ja. Tja, Noah. Ist mindestens einer von uns dreien ein richtiger Die-Hard-Fan dieser Reihe, in der ich spiele? Hm, nee. Nee. Okay. Also, ja. Also, Die-Hard-Junge heißt bei dir Platz 1. Nein, das ist nicht. Ja, nein, nicht. Das muss... Das meine ich damit. Ich meine, Daiat, also, ich liebe diese Reihe. Ja, Noah hat schon recht. Noah hat schon recht. Okay. Das hilft mir dabei, dass ich... Das ist schon eine starke Aussage. Also, ich kann nicht jetzt schon mal zwei, drei Reihen ausschließen. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe bei mir keine Ahnung, Bruder. Ich habe es gelesen oder geschaut. Habe ich... Nur zwei Runden hat es jetzt Zeit. Zu meinem Werk, gibt es ein Anime? Ja. Ja. Ist er abgeschlossen? Nein. Nein. Was? Ich habe keine Ahnung. Also, der Mangel ist abgeschlossen. Der Anime nicht. Okay. Ja, du bist eine, ne? Ach so, ach ja. Ach ja, stimmt. Oh, lol. Entschuldigung. Ja, ja. Wir fangen gerade so. Los, nur überleg weiter. So. So. Ich spiele in... Ju mit Senkaisen. Mit... Ja. Und... Ja. Wir... Sorry. Okay. Jetzt komme ich doch schon mal nach. Das ist schon mal gut. Du hast als erster das Werk, in dem du spielst. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Es sind halt jetzt so scheiße viele Charaktere, die es da gibt halt, ne? Ja, aber der wird mir ja jetzt kein irgendwie... irgendwie kein Panda oder so draufgeschrieben haben, weißt du? Ich bin nicht Panda. Ich bin nicht Panda. Ey, Digga, im ersten Opening, ne? Das ist so meine Highlight, wie dieser Panda auf dem Hochhaus so rumrennt, ne? Ja. Digga, da habe ich gemerkt so, Leute, das wird mein neues Lieblingswerk. Und was ist passiert zwei Jahre später? Nichts. Mäh. Also... Komm. Bin ich auf der, in Anführungsstrichen, guten Seite? Okay. Habe ich eine lehrende Tätigkeit? Mäh. Okay, also ich bin nicht gut. Digga, als ob ich Yuji bin, ne? Das ist natürlich schon sehr einfach. Aber gut. Ich taste mich jetzt mal ein bisschen voran. Entschuldige, wenn die Frage ein bisschen langweilig ist. Aber hab mein Manga mehr als 20 Bände? Ey, das ist doch voll die schlaufe Frage. Ja. Äh, nein. Ey, ich war einfach echt. Komm, Digga. Okay, alles klar. Ich finde... Sowas könntest du auch fragen, ne? Ich finde... Ja, ja. Bin ich aus Magi? Ne, ne, ne. Nein. Ach, Mann, wenn du... Ich hatte ja erst gehofft, dass ich aus Magi bin. Ja, ich sag immer, da kennst du ja noch nicht so viele Charaktere. Ey, ich hab ganz einmal geguckt, da gibt es nur 20 oder so. Na gut, schnell. Okay. Achso. Ey, boah, jetzt bin ich ja schon wieder. Also. Du bist schon wieder, ja. Ey. Ich hör zu, ja. Ich bin gleich wieder. Bin ich ein Schüler oder eine Schülerin? Eine Schülerin. Also ja, erst mal. Also ja. Ja. Achso, oh, Digga. Ja. Oh, sehr gut. Jetzt hat er mir noch einen Tipp gegeben. Oh nein. Gender, Leute. Scheiße. Mit Gendern kriegt ihr Tipps. Okay, so. Ich bin eine Schülerin. Gut. Ey, hat Noah mir das Ding gegeben? Ja. Ja, dann bin ich Marki. Ach, Digga, das war so. Ey, warum? Echt? Ich bin Marki? Ja, ey. Ey, Noah ist so ein offensichtlicher, ne? Also. Ja, ja. Super. Perfekt. Ja, geil. Okay. Daniel, erster Platz. Schön, Leute. Okay. Ne, Chris. Dann bin ich dran, ne? Aber wir stehen schon mit Bestrafung, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, safe. Verlierer muss Glatze machen. Verlierer muss die Haare blond fern. Okay, Chris, ich bin dabei. Oh Gott. Der Druck steigt. Okay, ähm, bin ich aus einem... Der Druck. Okay. Ist mein Werk nach 2020 gestartet? Äh... Ich glaube nicht. Nein. Also, ich würde auch Nein sagen. Boah, ja. Ich schaue sicherheitshalber nach, aber ich würde auch Nein sagen. Ne, safe. Also, safe. Safe, stimmt das? Ja. Ja. Damit kann ich nochmal zwei, drei ausschließen. Das ist schon mal gut. Ich hasse mich an. Habe ich... Den Manga oder Anime in meiner Sammlung? Ähm... Boah. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich sag gar nicht. Shit. Da müsste man... Da müsste man... Das ist eine Videoshow, ne? Ne, Spaß. Äh... Ey, ich glaub sogar nicht... Achso, warte. Ich hätte... Ja, okay. Also, wenn ihr es nicht beantworten könnt, dann mach ich eine andere Frage. Ja, lieber... Ich bin mir echt nicht sicher. Also, wirklich grad nicht. Dann... Ich... Ich hab zumindest nicht so richtig... Obwohl, warte... Ist der Manga... Warte, warte... Der Manga ist ja abgeschlossen, ne? Ja. Der Manga ist abgeschlossen. Daniel hat ein Bildfilm? Schwer zu sein. Ja. Der ist abgeschlossen. Auch in Deutschland? Auch in Albania. Und der Anime läuft noch? Ja. Auch... Wird er auch im... Wird er... Auch fortgesetzt? Oder ist der... Also, denkt man nicht, dass er... Ja. Also, er wird fortgesetzt. Moment. Okay. Ja, so, ja, genau. Nicht so wie Magi. Nicht so wie Magi. Nein, nein. Wo man weiß es nicht, was kommt wird. Ja, okay. Fang dich damit an. Ähm... Hä? Battle Shonen? Abgeschlossen? Battle Shonen? Anime nicht? Mhm. Black Clover ist es nicht. Ähm... War das eine Frage? Nee, gibt's auf Manga Plus. Menschen... Ist kritisch. Also, irgendwie ein Mischwesen oder so. Der denkt sich etwas, aber ich hab gar nichts. Warte, hab ich schon gefragt? Nee. Häng dich nicht zu sehr daran auf, auf dem... auf dem Mensch-Ding. Ja. Ich glaub, das bringt dich nicht so weiter. Ich hab keine Ahnung, Bruder. Was soll ich sagen? Ähm... Ist der Manga auf dem deutschen Markt noch erhältlich oder... Also, ist er noch erhältlich? Gut erhältlich? Ja. 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 Hm... Am Ende wird er wegen dieser Frage streiten oder so, ne? Aber, nee, nee. Das geben wir mit. Ja. Ja, Digger, ich weiß nicht, Mann. Was kann ich noch sagen? Na, Chris hat doch zum Beispiel... Bin ich bei Carlsen rausgekommen? Nein. Wie bitte? Damit es mal weiter geht, damit ich jetzt nicht fünf Stunden denke. Du bist nicht bei Carlsen rausgekommen. Okay. Aber das ist auch ne gute Frage. Stimmt, stimmt. Das ist wirklich sehr gut. Weil damit... Stimmt, kann's auch sein. Wenn du schon einen Ausgrenz hast, hast du ja schon... Also, außerhalb von Carlsen, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Dürfte ich euch nochmal fragen, einfach weil ich's vergessen hab. Ich hatte ja schon gefragt, ob meine Manga-Reihe abgeschlossen ist. Ihr sagtet, nein, ne? Die ist nicht abgeschlossen. Nicht abgeschlossen, ja. Okay, ich bin in nem schonen... Ich bin weiblich... Ich rate jetzt einfach mal ins... Ich mach's auch über den Verlag. Werde ich in Deutschland über den Verlag Egmont verlegt? Ja. Komm ich aus Chainsaw Man? Ja. Oh, einfach... Guck mal, was ein Wichser... Bin ich Power? Genau. Power! Ja, Mann. Latze, Noah! Latze für Noah! Und dabei hattest du mit den leichtesten Characters. Hashtag in die Kommentare! Hashtag Glatze für Noah! Hä, aber welcher Manga? Hashtag auf der Doku-Me! Warte mal! Halt die schön aus! Auf der Doku-Me! Aber Noah spielt weiter! Das lassen wir ihm nicht, komm! Noah spielt weiter, ja, ist er! Ja, ja. Okay. Der Manga ist... Glatze auf der Doku-Me! Der Manga ist abgeschlossen, der Anime aber nicht! Ja. Äh... Okay, bin ich bei Eggman rausgekommen? Nein! Bei Kasi Crunch-Raw? Nein! Nein! Manga-Kult? Nein! Fickt euch doch! Tokio-Pop? Ja! Der Manga ist abgeschlossen! Und der Anime läuft noch! Ja! Wenn ihr mich irgendwo überrascht habt... Ich hab gewonnen eigentlich! Nein! Das können wir nicht sagen, dass du nicht gewonnen hast! Du bist aus dem Shonen, das weißt du! Du weißt, dass dein Manga abgeschlossen ist, der Anime aber noch nicht! Ja! Bei Tokio-Pop! Also... Bei Tokio-Pop! Welcher Battle-Shonen erscheint denn bei Tokio-Pop? Oder ist dort erschienen! Der Manga ist ja abgeschlossen! Richtig! Boah, wie wir uns die Bälle zuspielen, Chris! Ich find's richtig geil! Fire Force! Wie wir auch so Noah Nida machen dabei! Fire Force? Nein! Denk größer! Denk einfach größer! Glatze für Noah auf der Doku-Me! Denken! Glatze für Noah auf der Doku-Me! Während du nachdenkst, können wir ja wirklich sagen, dass die Folge rauskommt, wenn jetzt schon am Freitag die Doku-Me startet! Yes! Noah ist auf der Doku-Me, ich bin auf der Doku-Me, Chris ist nicht auf der Doku-Me! Ich schaff's ja nicht genau, aber die anderen beiden Jungs sind da! Also wenn ihr Freitag, Samstag, Sonntag da seid, wir zwei sind tatsächlich jeden Tag da! Was für Opfer! Holy Shit! Ja! Schreit! Glatze für Noah auf der Doku-Me! Ja! Ich rufe dazu auf, dass mir immer wenn ihr Noah und Daniel auf der Doku-Me trefft, oder ihr seht die, und ihr macht ein Foto mit denen, dann schickt mir das bitte zu! Ich will die ganz gerne sammeln! Weil ich hab hier so einen kleinen Noah-Daniel-Altar, vor dem ich abends immer nochmal so fünf Minuten sitze und nachdenke über all das Tolle! Nein, Spaß! Aber schick mir die Bilder mal zu! Hey! Junge! Und ich hab den Manga in meiner Sammlung! Äh... Ja! Nein, das wissen wir ja nicht! Das wissen wir nicht! Da waren wir uns nicht sicher und haben eher Nein gesagt! Tokyopop! Tokyopop! Digga! Manga Plus! Das ist einer der Battleschonen! Ich rass mich! Überleg einfach weiter! Überleg einfach weiter! Bleach aus... Digga! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey Leute! Ihr wisst ja, wo ich drüben war, ne? Und wo Daniel das dann erraten hat, da war ich ja richtig abgefuckt! Deswegen hab ich vergessen, was ich wollte! Weil ich hab da unten Bleach gesehen bei mir und hab gedacht, das macht Sinn! So Shinigami und so, ne? Ja, ja! Und das wollte ich sagen! Und ich hab's vergessen, Digga! Jetzt fällt's mir wieder ein! Ey, du bist grad wie Light in Death Note, als der im Hubschrauber sitzt und seine Erinnerung an den Weg kriegt, weißt du? Ja, ich schwöre! Ey, ich schwöre auf alles, wo ich... Ey, nein! Ja komm, mach weiter! Du hast noch nicht... Mach weiter! Du bist ja noch nicht fertig! Gewonnen hast du eh nicht, aber du bist noch nicht fertig! Ich bin Mann, ne? Ja! Eisen! Aber was für einer! Nein! Gin! Nein! Ichigo! Nein! Ähm, wenn ihr mir jetzt Chat gegeben habt, ne? Nein! Achso, oh! Das war keine Frage! Ichi da! Nein! Digga, in der Zeit hätten wir nochmal neue Karten eigentlich ziehen können, ne? Das ist echt so! Kenpachi! Nein! Wir hätt doch einfach das abkürzen können, also stell doch mal ne Frage zu Gruppierungen in Peach, dann musst du nicht so ins Bauer raten! Ah, Krimjo! Nein! Das ist keine Gruppierung, Noah! Ich bin nicht Espada! Nein! Nein! Mayonnaise ist auch keine Gruppierung! Ich bin nicht Espada, ich bin auf der Shinigami-Seite! Ja! Du bist auf der Shinigami-Seite! Äh, ich bin ein Kommandant! Ich würd sagen nein! Ich würd sagen nein! Nein, ja! Nein! Du bist kein Kommandant! Ne! Renji! Nein! Weil das war so ne Zwick-Dings! Ich bin kein Kommandant, Bruder! Ich bin jetzt auch nicht der Side-Correcter vom Side-Correcter, oder? Nein! Nein! Bist du wirklich nicht! Wirklich nicht! Also du bist schon ein sehr geiler Charakter! Auch sehr bekannt! Ich bin... Ah! Nee! Wie heißt der? Äh... Der Klatzkopf-Ikun? Ist es auch nicht! Nein! Ich kann schon nein sagen! Bin ich die 69, Digga? Nein! Immer mehr Fragen! Also äh... Zu den Charakteren! Nicht so nach den Charakteren! Genau! Okay! Mh... Kämpfe ich aktiv mit Ichigo, oder bin ich einfach nur... Das ist keine Ja oder Nein-Frage! Kämpfe ich aktiv mit Ichigo zusammen? Nein! Hä? Hä? Also so ein Kämpfer, der kämpft jetzt nicht mit Ichigo zusammen! Also der kämpft nur auf der Seite, aber nicht mit ihm zusammen! Also... Achso! Achso! Nein! Ja, genau! Ich dachte nämlich, du meinst das anders! Aber dann nein! Kein Kommandant, Digga! Ihr nehmt auch übelst die Scheiße, Digga! Digga, du wirst dir so an den Kopf fassen, wenn du den Charakter dich hast! Nee, nee, nee! Also jeder... Du wirst dir so an den Kopf fassen! Jeder... Wir denken so... Ah, okay! Das ist eine vollkommen... Legitime... Schwierigkeit! Warte, ich bin ein Mensch! Ja! Ihr habt gesagt, ja... Ja, weißt du, da haben wir halt... Schöneste Hälfte, Hälfte! Ich bin Ichigo! Nein! Nein! Ja, stimmt! Ja! Weil ich kann ja kein Pachi sagen und so, weil die sind ja keine Menschen! Ähm... Da kann ich ja nur... Ich fand aber auch vorhin, ne? Weil zum Beispiel Power ist ja halt sozusagen der Blutteufel, ne? Deswegen... Ja, ja, genau! Aber Fiend übernimmt ja den Körper, also von einem Menschen, deswegen ist er ja auch ein Mensch, aber... Ja, ja! Hä? Deswegen... Wir haben ja Ja gesagt! Ja, komm, löst mal langsam auf, Leute! Die Folge soll jetzt nicht 100 Stunden gehen hier! Warte, ich geb dir nochmal den Tipp, du lebst nicht in der Soul Society! Genau! Oh, das ist ein guter Tipp, ja! Ja, das ist... Ey, bin ich Kon? Nein! Ey, das wär so cool gewesen! Komm nicht, ne! Aber du kommst dir da näher! Hey, wie ist der Daddy von Ichigo? Nein! Hä, also das macht er doch... Krimjo? Also... 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 Das ist doch langsam absichtlich! Ne! Um die Folge zu strecken! Ah, nein! Damit wir... Urahara kann ich auch nicht sein! Doch! Da hast du's doch! Hä, der ist aber kein Mensch, Bruder! Ja, das ist doch dieselbe Sache wie... Wie... Wie mit Power! Mit Power! Ne, weil Ichigo ist der Ball, das weißt du! Ja! Und Shinigami sind halt Shinigami, Bruder! Ah, egal! Scheiß drauf! Ja, ich hätte eigentlich gewonnen, Leute! Ey, bei Kenpachi hast du auch gefragt! Ja! Hätten die das mal besser beantwortet? Okay! Ich sag' ehrlich! Ey, Bruder, ich hab einfach einen kompletten Bleach-Cast aufgezählt, Bruder! Eigentlich schon... Außer Urahara halt! Außer einen Charakter! Ich dachte... Außer den beliebtesten Charakter! Ja! Werden Yuhoichi nehmen wollen! Ja, gut! Ja, gut! Ja, stimmt! Okay, guck mal! Wer... Wer bin ich? Wenn ihr das öfter hören wollt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen! Schiebung, Leute! Dann... Dann spielen wir auch wirklich besser! Cool! Also Daniel war richtig gut! Daniel war richtig gut! Das ging richtig schnell! Bruder, wir geben dir ne Power! Wir geben ihnen Maki, Bruder! Und die gibt mir einen Urahara! Ey, Maki war am schwierigsten! Ohne Scheiß! Ey, sorry! Aber Maki ist ein Side-Character! Ja! Urahara ist schon fast Taub-Cast! Du kannst mir alle ohne Scheiß! Ich würde sagen, nach Schwierigkeit geordnet! Digga, wie oft taucht Maki auf, nachdem sie auf einmal kurze Haare hat! Ist so! Die schaut einfach zu! Ja, der Anime war da noch gar nicht! Die... Die schaut im Anime dann nur noch zu wie halt Gojo-Camp, weißt du? Nein! Mit den... Mit den anderen zusammen! Ja, ja! Ich würde sagen, wenn sie nach Schwierigkeit gerankt war, Maki war am schwierigsten, dann würde ich sagen Urahara und Power war schon leicht! Power war schon leicht! Aber Maki war am schwierigsten! Ja, sag ich doch! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Hab ich doch gesagt! Digga, hä? Digga, alles gut! Haben wir doch gesagt! Power war am leichtesten! Niemand hat dir widersprochen! Urahara! Urahara, Bruder, sorry! Urahara ist ja gut, ich weiß, aber... Du tust so, als hätten wir den Bruder von Urihibe oder so genommen! Bruder, ich habe sogar Ginjo genannt, Bruder! Genial! Ich habe G69 genannt! Ich habe... Wie heißt der? Ikigaku oder wie der heißt? Crazy, oder? Und alles war falsch, ja! Alles war falsch! Ich hätte dir einen von dir genommen, da wäre ich einfach draufgekommen als Hurrahara! Aber ist okay! Hurrahara ist okay! Ist okay! Ist okay! Okay! Das war also Wer bin ich! Wir haben ja aber noch vorhin angesprochen, beziehungsweise Noah hat das eingangs erwähnt, wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir uns einfach random erstellen wollten! Wir machen sie oft über den Fragen-Sticker halt auf Instagram, da könnt ihr uns Fragen schicken! Jetzt dachten wir uns aber, wir stellen uns gegenseitig einfach mal Fragen! Und ich habe die erste in petto und hause jetzt einfach mal raus! Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt! Und zwar will ich von euch wissen, was macht für euch einen richtig guten Sidecast aus? Also was muss der mitbringen und welchen Einfluss hat er auf die Reihe? Und wenn ihr habt, nennt mal ein Beispiel dazu! Wenn ihr wollt, kann ich auch anfangen! Damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, worauf ich hinaus will! Ja, fang gern an! Also eins versagt hätte ich, aber fang ruhig an! Mhm! Okay, also bei mir, ich finde immer beim Sidecast wichtig, ist das, was ich immer sehr schön finde, ist einfach, wenn wir durch den Sidecast einen guten Kontrast zu den Ansichten oder Verhaltensweisen von unseren Main-Charactern oder von mir aus auch von den Antagonisten kriegen. Das heißt, wenn die nochmal andere Sichtweisen irgendwie mit reinbringen, den Main-Character mal vielleicht auf den rechten Weg zurückführen oder halt all solche Sachen. Und vor allem, wenn der, also am geilsten finde ich es, wenn der Sidecast so gut geschrieben ist und im genau richtigen Maß beleuchtet wird, dass sich der fast schon gar nicht mehr wie ein Sidecast anfühlt, sondern fast alles wie so ein großes Ganzes. Und ein geiles Beispiel dafür ist für mich Soul Eater. Soul Eater ist so geil vom Sidecast her durch zum Beispiel Kid oder Blackstar, dass ich ganz oft ist das so verschwommen, diese Grenzen zwischen das ist jetzt der Sidecast und das ist ein Side-Character und das ist jetzt Soul zum Beispiel irgendwie unser Main-Character. Das hat sich so geil angefühlt einfach, weil jeder irgendwie sein eigenes mit reingebracht hat, aber das so im Gesamtbild, im großen Ganzen einfach perfekt zusammengepasst hat und einander gegriffen hat. Deswegen ist das für mich ein geiles Beispiel, aber das ist mir wichtig bei einem Sidecast. Kann ich ein schlechtes Beispiel nennen? Darf ich nur zuerst an Chris Ansage was hinzufügen? Ja. Weil ich hatte nämlich das so ähnlich, ich finde es, also ich weiß nicht, ob ich das auf alles beziehen kann, auf jede Art von Manga, aber ich glaube vor allem so zu Battleshows oder jetzt so in diesen Sachen finde ich es glaube ich gut, also wie zum Beispiel in Soul Eater, wenn jeder Side-Character so viel hergibt, dass er eigentlich auch der Main-Character sein könnte. Das ist geil, stimmt. Dass es eben nicht so ist, dass der Side-Character nur dafür da ist, um den Protagonisten zu unterstützen, sondern dass er auch komplett alleine funktioniert. Stimmt. Soul Eater ist dafür ein super Guess, ich hatte da tatsächlich, mal wieder Leute, ich muss es mal wieder erwähnen, ich hatte zum Beispiel Beastars auch im Kopf. Stimmt. Auch ein guter Take, ja. Wie heißt der Hirsch? Jetzt habe ich den Hirsch vergessen. Weil der hat eigentlich auch… Luis! Luis! Ja genau, weil Luis ist ja quasi ein zweiter Protagonist und trotzdem… Ja, eigentlich schon, ja. Der hat seine eigene Story, die auch fernab von einem Legoshi sind und trotzdem in der Verbindung mit dem Protagonisten entfacht trotzdem nochmal was ganz eigenes. Ja, das stimmt. Und das sagt für mich so, ey, das ist extrem stark. Ähm, ja, ich weiß nicht, also Noah, was du sagen wolltest, was schlecht wäre, wäre halt wie bei Bleach zum Beispiel, da finde ich das halt… Ah, spannend, da findest du den Side-Cast nicht so geil bei Bleach? Also zumindest recht einseitig. Ich glaube, das ist ähnlich wie den, den ich bringen wollte, aber das hat sich dann… Weil du gesagt hast, das könnte auch der Protagonist sein, wenn es ein guter Side-Cast ist und ich liebe den Cast von JJK, aber als Side-Cast finde ich es wieder schlecht, weil man hat Yuji 0,0% gefühlt als Main-Character, weil er so untergeht zwischen den ganzen Side-Charactern, vor allem Gojo-Verwand, der eigentlich für alle der Main-Character ist und dann kommt noch Yuta dazu, der auch Main-Character ist, da kommt noch, was weiß ich, wer dazu der Main-Character ist, weißt du, was ich meine? Und der Side-Cast soll halt schon für mich den Protagonisten unterstützen und vielleicht den Protagonisten auch in eine Situation bringen, wo ein bisschen mehr aus ihm rausgelockt wird und ihn nicht überrennen bzw. überschatten, weil sobald ein Side-Character irgendwie den Hauptprotagonist überschattet, finde ich es schon wieder einen schlechten Side-Cast, weil… Aber ist da nicht vielleicht der Protagonist eher schlecht als der Side-Cast, also liegt das da nicht vielleicht der Protagonist? Im Vergleich dann ja, logisch, ja. Klar, ich finde das halt nicht gut geschrieben, ne? Ja, da wollte ich gerade sagen, dann ist das einfach nicht so geil geschrieben. Also der Side-Cast darf den Main-Character, dafür heißt er ja Main-Character, nicht zu wie doll überschatten halt, ne? Das stimmt, das verstehe ich. Und das bei JLK, bei Bleach finde ich es tatsächlich auch, weil ich finde viele Charaktere cooler als Ichigo, auch wenn Ichigo cool ist, aber ich finde zum Beispiel Kenpachi besser, ich finde Yoru Ichi besser. Genau, also ich meine tatsächlich eher so diese Gruppe von Ichigo, weil… Also ich meine, die haben alle ihre eigene Stories, das stimmt, aber die sind halt super einseitig, ne? Also ein bisschen Chat, ich meine, mit Ichida hat man da noch ein bisschen mehr rausgeholt, aber rein als Charakter von der Sympathie her finde ich ihn trotzdem Trash. Uri Hime, äh, auch, also sehr abhängig von dem Protagonisten, was ich halt einfach als Unterstützer da so sehr schlecht finde. Das ist so ähnlich wie Sakura nur besser. Ja, aber das ist auch wieder halt so, ja, zufällig ist es halt wieder das Mädchen, das irgendwie Supporter ist, weißt du? Aber es sind geile Beispiele, finde ich, weil ich finde JJK ist so ein Extrembeispiel, wenn der Side-Cast zu gut ist, jetzt in Anführungsstrichen, also zu viel mehr besser als der Main-Character, das fühlt sich halt irgendwie dann nicht mehr richtig an. Und bei Bleach hatte man manchmal schon das Gefühl, wenn jetzt wo du auch so Chat und Urime und sowas ansprichst, ähm, das ist einfach zu wenig. Da, da, da hätte man sich irgendwie noch ein bisschen mehr Background oder spannenderen Background oder spannendere Einbindung gewünscht, damit das irgendwie mehr Spaß macht und irgendwann nicht einfach so ein bisschen nervig wird. Also es ist dann so das andere Extrem, finde ich, da ist einfach vielleicht ein bisschen zu wenig drin. Und das zeigt aber wieder, wie gut Chainsaw Man ist, weil das ist auch etwas, was in dieses Battle-Shonen-Segment stattfindet, ne? Deswegen, man kann das vergleichen mit einem Bleach zum Beispiel, weil es so in den selben Genres vielleicht ein bisschen abhängt. Und Chainsaw Man, äh, unfassbar guter Sidecast. Safe. Ja, das stimmt. Auch gut eingebunden, ne? Extrem, extrem gut. Das stimmt, zum Beispiel. Also man sagt ja alleine, dass, dass eigentlich Assa dann schon die Protagonistin von Part 2 ist und so, ne? Guck mal, man merkt die ganze Zeit, Denji ist der Protagonist. Sag ich mal Part 1, man merkt die ganze Zeit durch. Okay, man hat aber geile Charaktere. Okay, das ist nochmal Antagonist oder, ja, Makima und so ein Zeug, ne? Aber zählt er auch zum Sidecast, würde ich sagen, weil es nicht der Protagonist ist. Ja, ja, ja. Du hast so viele coole Charaktere wie Power, Rezo oder Rezo oder wie auch immer man sie jetzt aussprechen möge. Du hast so viele coole Charakter, aber man weiß immer, Denji ist der Protagonist, er ist der Mittelpunkt und die ganze Story dreht sich um ihn und nicht, er ist ein Teil von der ganzen Story, mäßig. Und bei Part 2 ist es gut, weil du hast ihn am Anfang einfach nicht gehabt, so die ersten acht Chapter oder so, und einen anderen Charakter. Aber man hat trotzdem immer gedacht, okay, hm, es geht halt um Chainsaw Man, also Denji. Aber Asta ist trotzdem so ein guter Charakter, dass man denken könnte, okay, sie könnte auch einfach der Protagonist der zweiten Part sein. Und, ähm, Denji ist halt der Mit-Protagonist, so. Dass sie auf dem Level wie Denji ist, obwohl sie eigentlich nur ein Side-Charakter ist, aber sie wie ein Protagonist funktioniert. Und das ist dann geil. Ja, genau. Ja. Und das finde ich, und genau das schafft Soul Eater halt auch. Deswegen ist, äh, finde ich Soul Eater vom Cast halt auch so geil. Deswegen war das so, den würde ich auf jeden Fall in einen Atemzug mit Chainsaw Man packen, wenn es darum geht, wie gut ist der Side-Cast halt so im Gesamtbild halt, ne. Also da kann ich echt also... Ja, nein, ach, Blackstar ist einer der geilsten Side-Charakter aller Zeiten, mein ich liebe Blackstar. Und dann würde ich nochmal mein Beispiel bringen. Ja, ja, klar, klar. Ja, klar. Ne, sag nochmal schnell, wenn es so ein kurzes Thema ist und nicht ein komplett neues Ding drauf macht. Äh, ja, ich würde das, äh, nur nochmal ausweiten, weil wir jetzt auch Soul Eater und Chainsaw Man besprochen haben. Ich finde, ein Merkmal von einem guten Side-Cast ist auch, dass dieser nicht so groß ist. Mhm, er muss nicht groß sein, ja. Dass man sich auf wenige Charaktere gut einschlägt. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Nachteil bei Bleach, gell, weil es so viele gibt. Ja, vor allem auf der Antagonistenseite. Bei, bei JJK finde ich auch, ich finde allgemein, wenn es um Schulen geht, ne. In so Mangas, wo es, wo es irgendeine Schule ist und dann lernst du so eine neue Klasse kennen. Dann hast du wieder 15 neue Leute, davon sind irgendwie 13, sind unwichtig, ne. Ja, aber die Menge ist ja nur, dass es nicht so beleuchtet wird, ne. Weil ich finde Krimjo geil, ich finde Eisen geil, ich finde, äh, hier vor allem Ukiura richtig geil. Ja. Es sind schon viele Charaktere, nur man kann nicht so hart drauf eingehen, weil man muss welche in den Fokus nehmen. Zum Beispiel Ukiura wurde in den Fokus genommen, war gut, Krimjo auch. Aber Bruder, was war mit diesen Heuschrecken-Typen, oder? Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann drei Stück von, wie viele waren das? Ja, es waren viele Charakter, aber da wird schon der Fokus auf die gelegt. Deswegen finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ne, ich finde... Weil man braucht ja die Anzahl, weißt du? Ja, aber wieso? Weil, weil dann hätte ich lieber gesagt, mach aus den Espadas, äh, fünf, fünf krasse Charaktere und baue die aus. Anstatt zehn zu machen, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Ja, okay, ja. Und davon drei zu beleuchten. Ein paar müssen Kanonfutter sein. Und wer... Na, finde ich eben nicht, weil, wer hat das perfekt gemacht? Wer hat das ultra geil gemacht? Wer hat das ultra geil gemacht? Wer hat das ultra geil gemacht? Akatsuki. Ja, stimmt. Jeder Charakter, ne? Und vor allem, ich finde Akatsuki und der Sparta lassen sich perfekt miteinander vergleichen. Und ich finde Akatsuki... Ja, aber das Ding... Akatsuki, die ficken da alles weg. Ja, guck mal, Akatsuki ist ja auch... Die haben ja alle ihr eigenes Ding, ne? Aber... Richtig. Auch ihre eigene Stärke und so weiter, aber das... Das gilt man nicht, ne? Und bei Bleach, das gilt man halt übel, weil, Digga, Naruto musste nicht gegen jeden Akatsuki gefühlt nacheinander antreten, sondern da gab's auch andere Charaktere, die gegen die gekämpft haben. Und bei den Espada, Digga, war ja so, dass Ichigo, der braucht ja irgendwie... Der kann ja nicht direkt gegen Gott kämpfen, weißt? Der muss ja erstmal so ein bisschen besser werden, dann die Nummer 10 ist das schwächste, weißt du? Neun ist das zweitschwächste, so... War schon ganz gut aufgebaut von Step zu Step, weißt du, was ich mein? Und bei Akatsuki ist halt so, Digga, wenn Naruto gegen... Eingekämpft hätte direkt, Digga, der war ja absolut ausgelöscht worden. Ja, dann hat das Naruto wohl einfach für mich einfach besser gemacht, also... Fendi, wollte ich auch gerade sagen, dann wurde das ja Naruto... Zumindest für meinen Geschmack oder deines Geschmacks... Hab ich besser umgesetzt, einfach, ne? Das halt... Und von der Situation her, weil Akatsuki war ja nicht... Weißt du, Naruto ist nicht eingedrungen, um Akatsuki auszulöschen, so... Nein, nein, klar, das stimmt... Und aus dem Prinzip, dass Ichigo da reingeht, weißt du, um jemanden zu holen... Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, so... Aber... Weißt du, da ist das in dieser Situation schon gut gemacht, dass er sich hochkämpft... Und hätte Kubo sich... Vielleicht bessere Side-Charaktere geschrieben... Wäre Chat auch mit dabei gewesen und die Cheetah und so... Und dann, äh, könnte man das aufteilen, ja... Richtig, ja... Man hätte die Kämpfe mit denen dann mehr enjoyed, ne? Genau, und das ist ja auch ein bisschen doof, weil... Das ist ja auch nicht der Hauptfokus von Bleach, ne? Der Hauptfokus von Bleach ist ja wirklich einfach... Einfach geile Kämpfe, geile Kämpfe, geile Kämpfe und so weiter, ne? Äh... Ja, ich weiß, was Thema haben, Digga... Ja, 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 ja... Vor allem, äh, immer noch vorhin, ne? Genau, genau, genau... Darf ich jetzt mein Take bringen? Meine Güte... Ich dachte, das war dein Take, hä? Nein! Wie war die ganze Zeit, dass du dein Take bringst? Ja, dann mach den! Ich will einen Take für meinen guten Charakter-Cast haben... Okay, hau raus! Mit... Attack on Titan! Perfekt finde ich Attack on Titan vom Charakter-Cast... Weil da ist es auch wieder... Wir haben unseren Protagonisten... Der am Anfang, okay, ein bisschen vielleicht... Er ist hart im Fokus, aber irgendwann geht er leicht unter... Weil halt, ja, die Mystery, die Geheimnisse von Attack on Titan ein bisschen überlichten... Und wir denken, okay, Eren ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen... Zu... Tollpatschig, aggressiv... Äh... Man denkt, man... Man kennt ihn ja so ein bisschen... Zweidimensional, weißt du, was ich meine? Was zum Ende hin natürlich nochmal ganz andere Ausmaße nimmt... Aber da haben wir zum Beispiel einen Rainer... Weißt du, der auch als zweiter Protagonist gesehen wird von sehr vielen... Wir haben... Wollen wir als Antagonisten als Zeitcharakter dazunehmen? Ja, ne? Hätte ich schon gemacht, hätte ich... Klar... Weil wir haben einen Siegeliger, der so viel nochmal reinbringt... Für Eren, für die Geschichte... Als Antagonist, also sie auch einer der besten Charakter... Dann haben wir eine Gabi-Digger, die nochmal alles neu auflädt von der anderen Seite... Also... Jeder Charakter... Nicht jeder... Es gibt auch... Ähm... Hier Thomas... Aber... Es gibt auch... Fast jeden Charakter, der irgendeinen Sinn hat... Gabi hat einen Sinn... Rein hat einen Sinn... Selbst Berthold hat einen Sinn... Anni hat einen Sinn... Weißt du, was ich meine? Keiner ist richtig gewasted... Jeder ist zur richtigen Zeit meiner Meinung nach aufgetaucht... Ja, komm... Ich decrete jetzt ein bisschen... The Tag on Titan ist mir egal, Digga... Ich stimmt ja auch voll zu... Digga... Selbst Shades hat was... Hier eine Message zu übermitteln... Weißt du, was ich meine? Wo du denkst... Okay, Digga... Wir haben Erwin, wir haben Levi, wir haben... Bruder... Nenn mir einen, der nicht... Okay... Selbst Mieke, Digga... Oder Mike... Wie auch immer, Digga... Ich finde vor allem... AOT hat immer genau... AOT hat immer genau das richtige Maß gefunden... Auch bei so vermeintlich kleineren Leuten... Wie jetzt... Keine Ahnung... Nasascha oder sowas halt... Zum Beispiel... Die haben alle... Die richtige... Äh... Anzahl... Oder die richtige Screentime einfach bekommen... Sodass sie einen genug ans Herz wachsen konnten... Damit das, was denen später passiert... Oder das, was sie später machen... Einen Impact hat, den ich auch ernst nehmen kann... Ja... Das hat AOT richtig gut gemacht... Also... Finde ich auch... Und... Isayama macht's auch mega krass... Der... Leuchtet manche Side-Charaktere... Gar... Gar nicht so krass aus... Aber die Informationen, die man über den... Charakter... Kriegt... Die sind so krass gut... Dass für einen der Charakter interessant ist... Ja... 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 Ich meine... Ich meine... Ich meine... Äh... Das sogar noch geringer... Ich hatte ja zum Beispiel... Einen Xaver im Kopf... Weil... Über den... Weißt du einfach nur... Ja... Der fand die Sache mit den... Mit den... Mit den Titanen interessant... Du weißt... Er war der Vorgänger... Äh... Vorm Tier-Titan und so weiter... Und... So viel mehr... Weißt du überhaupt nicht über ihn... Aber du findest ihn super spannend... Ja... Eben... Also... Also... Ich meinte wirklich... Ja genau, genau... Ich meinte wirklich auf der Stufe Sidecast... Deswegen... Ich fänd... Jaw ist ja... Ich fänd... Jaw ist ja... Quasi auch so ein bisschen Zweiter Eren... Wenn man das... Nochmal anders... Das ist ein sehr guter Take... Krischer... Obwohl Krischer relativ behandelt wurde... Aber Krischer auch ein richtig guter Charakter... Weil in den meisten Serien... Ja... Wenn du über einen Charakter nur zwei Informationen hast... Dann ist das so... Ja... Klingt cool, ne... Äh... Aber ich find Isayama... Der hätte so viel Stuff... Äh... Das... Ne... Also... Bleiben wir bei Xaver... Stell dir vor... Ein Wissenschaftler... Der im Mali-Reich aufwächst... Und der... Das bisschen hinterfragt und so... Ne... Und dann hat er da sein... Äh... Sein fast Stiefsohn quasi... Ne... Also... Ja... Also Isayama macht das... Unfassbar gut... Finde ich auch, ja... War ein geiler Take nochmal... Mit den... Mit den minimalsten Mitteln so... Geh ich komplett mit... Geil... Guck mal... Ich hätt gar nicht gedacht, dass wir so viel über die Frage reden können... Äh... Haben wir doch... Das ging... Das war auch ne gute Frage hier... Muss mal gelob werden... Aber Leute, Leute... Ich... Ich bin hier noch nicht durch... Also... Checkt mal... Saga ab... Auch sehr geil... Sehr geil... Auch ein sehr geiler... Hab unsere Lieblingsmanga... Mit die besten Sidecasts... Frage... Ja... Würde ich sagen... Bei mir... Bei mir schon... Wenn ich so drüber nachdenke... Windlandsaga... Schon... Ja... Eigentlich ja... Sidecasts von 20th Century Boys... Sehr gerne... Zum Beispiel... Dem feier ich... Ähm... Ich überleg grad... Magi Sidecasts auch cool... Ich weiß nicht... Beim Sidecasts von... Guck mal... Das könnte jetzt... Hot-Tech sein... Lass mich erst mal überlegen... Das kam mir grad nur in den Sinn... Bei Berserk zum Beispiel... Ja... Man hat eine Casca... Farnes... Und da jetzt... Also Griffith... Ja... Aber... Aber das ist ja... Die Qualität... Ja... Sepp Pico... Ja... Gut... Den kann man auch noch nehmen... Aber zum Beispiel... Der kleine Junge Isidro... Der juckt jetzt nicht so... Aber er ist bei Main-Truppe dabei... Ähm... Ja... Ähm... Ja... Aber bei Berserk... Gut... Da sind wir vielleicht bei der Geschichte... Sind wenig... Aber gute... Qualität über Quantität... Ist da glaube ich so das Stichwort bei Berserk... Also... Ich finde die Protagonistengruppe... Aber auch diese Generäle und so... Die wurden nie so krass beleuchtet... Na stimmt... Aber die Protagonistengruppe bei... Berserk... Ist vom Writing her finde ich extrem gut... Mhm... Also wirklich extrem gut... Ja... Aber... Äh... Ich mag die nicht so... Also jetzt rein auf... Persönlicher Ebene... Bin ich nicht so... Dass ich mit dem Serpico... Unfassbar mitgefiebert hab... Mit dem Isidro auch nicht... Ne... Ich find die cool... Ich find die Backstory nice... Ja... Genau... Genau... Ich find das cool... Ich find auch... Ähm... Wie heißt die... Äh... Die Religiöse mit den... Schildkirchen... Nee... Farnes meinst du? Äh... Farnes... Genau... Ne... Also Farnes hat ja auch quasi... Einen eigenen... Einen eigenen... Einen eigenen... Einen eigenen Arc... Der halt... Auch in die Hauptstory... Mit eingedrungen ist... Das ist... Das ist schon sehr sehr gut gemacht... Also... Wenn man das... Objektiv... Ähm... Beschreiben könnte... Dann ist... Der Sidecast extrem gut... Aber... Für mich persönlich... Für meinen Read... Ich war tatsächlich so... Ne... Also... Also... Ein Griffith und Guts... Sind so krass... Dass die halt viele andere... Für mich überschatten... Beim Read... Ne... Also nicht weil die anderen schlecht sind... Sondern weil die zwei so gut sind... So unfassbar... Ist vielleicht unfair... Aber... War es immer... Auch... Genauso wie... Meeres Chainsaw Man... Es ist immer klar... Thorfinn ist der Hauptcharakter... Er wird nie in den Schatten gestellt... Und er hat gute Unterstützercharakter... Also Sidecharakter... Da gibt's natürlich jetzt auch... Okay Björn... Könnte man jetzt noch nehmen... War auch okay... Für Askeladd und so... War cool... Dieser Moment... Aber... So weißt du was ich meine... Bei... Es gibt halt... Ab Farmland... Würde ich sagen... Einen krank guten Charaktercast... Mit Schlange... Aina... Sonst war ja... Thorfinn, Askeladd... Thorkell hast du noch... Der Thorkell hat sowieso... Goat... Ja... Knut... Knut... Knut hast du... Genau... Waren schon ein paar... Aber da würde ich sogar sagen... Ich finde bei Vinland Saga ist es nicht so, dass jeder Sidecharakter ein guter Protagonist... Ne... Protagonist wäre... Also vielleicht irgendwie Hildere oder so... Aber... Gutritt oder so... Aber da macht jeder Sidecharakter seine Aufgabe in der Story perfekt... Und das wäre auch so eine Sache... Die haben ihren... Gutritt ist die Frau von Thorfinn... Spaß... Perfekt, ja... Ähm... Also... Die haben... Die... Die haben ihren Spielraum in der Story... Der nicht so groß ist wie bei einem Thorfinn... Aber... Das führen die perfekt aus... Deswegen sag ich so... Ey, die... Die wären vielleicht nicht so ein guter Protagonist... Aber... Da wie... Äh... Yukimura... Diese... Diese Charaktere platziert hat... Ist das perfekt... Also halt wieder so ein bisschen... Äh... Das ist jetzt wieder ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das ein bisschen seltsam ist... Das, was Bleach mit der Protagonistengruppe schlecht macht... Und zwar, ne... Dass sie sie doch viel als Unterstützer für Ichigo dastehen... Die sehr halt, ne... Als Supporter, ja... Das macht Willandsaga auch... Finde ich... Aber halt... Krass gut... Ja... 100%... Also ich finde, Bleach und Willands sind in der Sache sogar ein bisschen ähnlicher vom Aufrag... Ja, aber man ist vergleichen gar keine Anfrage... Ne... In dem Ansatz, dass sie eher dafür da sind, den Hauptprotagonisten oder den Protagonisten zu unterstützen... Vor allem aus seinem Weg, ne... Genau... Und bei Bleach, wie gesagt, ist das nicht der Anspruch, ne... Das ist... Dafür Manga zu kritisieren, der das gar nicht möchte... Aber ich finde, in der Sache ist es... Das klingt so mies die ganze Zeit... Also ich liebe Bleach, ne... Also wir mögen alle Bleach... Also versteht das nicht falsch, aber... Ja... In der Hinsicht halt finde ich trotzdem ein gutes Beispiel... Also das kann man schon ganz gut damit... Leute... Könnt ihr mir dazu eure Einschätzung geben? Ich weiß es nicht... Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr mir was dazu sagen könnt... Wenn es um das Thema Sidecast geht... Wie gut ist Vagabond? Ich bin ja noch nicht so weit... Unfassbar gut... Richtig gut... Auf Binland-Saga-Level... Echt? Sogar mehr sagen... Würde ich voll akzeptieren... Also... Würde ich voll akzeptieren... Wenn man das so sieht... Jeder Charakter, der auftaucht... Ist halt was... Ja... Weil... Weil du findest nicht jeden Charakter mega cool, ne... Aber wenn du überlegst... Wie dieser Charakter in die Story geschrieben ist... Welche Aufgabe diese hat... Ist... Ist es perfekt... Und um... Also... Das Beste ist ja... Wir sagen... Um den Protagonisten weiterzubringen... Und bei Vagabond ist ja... Literally... Jeder Charakter dazu da... Um den Protagonisten weiterzubringen... Das könnte ich über jetzt schon so erahnen... Aber zum Beispiel... Alleine... Alleine... Die Mutter von... Äh... Matahachi, ne... Niemand mag die... Die ist auch unsympathisch... Geschrieben... Das soll auch so sein... Aber... Was mit ihr dann auch alles passiert... Dann auch so mit... Matahachi... Ey... Das ist... Unfassbar krass... Also... Könnte ein eigener Manga sein... Und... Und... Also... Du musst mit ihr nicht sympathisieren... Aber du kannst... Appreciaten... Welchen Zweck sie in der Story hatte... Und wie gut das geklappt hat... Also... Wie viele Matahachi hassen so... Aber er ist halt trotzdem einer der Goldsteiger... Ich weiß nicht... Ist auch bei Attack on Titan so, ne... Wenn du den... Charakter hast... Dann hat der Mangaka eigentlich alles richtig gemacht... Also... Wenn das auch die Aufgabe sein soll, ne... Also... Ja... Ähm... Da gibt es ja schon so ein, zwei Kandidaten bei EOT... Zumindest Zeitweiter... Wo du dir echt denkst... Ja... Habt ihr so nen Lieblings Side-Character? Weil ich hab da ne recht Mainstream... Also ich hab da ne recht... Unspannende Antwort... Lieblings Side-Character... Gut... Das ist jetzt... So spontan kann ich jetzt auch nicht sein... Soll ich einfach mal... Warte ganz kurz... Einfach mal meins sagen? Mach du das... Ich hab gleich auch noch einen, ja... Also... Na... Also wer jetzt so in dieser... Seinen Richtung... Äh... Bisschen was gelesen hat... Das ist jetzt nicht mega edgy... Sondern da sagen viele... Ähm... Grimma aus Monster ist halt... Unfassbar... Ja... Ja... Ich hab grad nochmal nach den Namen gesucht... Ich hatte ihn erst mit Maura... Ach so... Ja siehste... Grimma ist so geil, Mann... Also... Grimma ist so heftig... Wenn der lächelt, ne... Dann... Ja... Dann ist wirklich... Ja... Ich... Ich... Ich glaub du weißt welche ich mein... Wo es irgendwann auch so... Mal um das Thema dann Abschied... Äh... Und sowas geht... Mhm... Wie er dann da steht... Und dieses Lächeln halt... Irgendwie wieder auf dem... Ach... Die ganze Backstory von ihnen ist so krass... Ich krieg das gar nicht... Ich krieg das im Kopf grad gar nicht geordnet... Und vor allem... Den hat man im Kopf... Während in der Story weiterhin... Ein Ten... Ein Tenma und Johann existieren, ne... Ja, Mann... Das was für mich die Protagonistengruppe aus Berserk... Nicht so geschafft hat... Hat Grimma... Extrem gut geschafft... Ja, aber da hat Urasaba auch was rausgehauen... Irgendwie das... So vom Gefühl her... Hab ich das... Glaub ich... Nicht nochmal... Nicht nochmal so erlebt... Irgendwie wie mit Grimma... Ich hab's doch wirklich nur einmal... Gelesen und der... Ja... Hat sich krass in mein Herz... Bei mir auch, ja... Reingeschossen... Sehr geiler Charakter... Ja... Aber bei Side-Charakter bleiben wir bei Side... Und nicht Anta, ne... Und so... Und Anta nehmen wir... Ja, vielleicht... Vielleicht mal wirklich Side, genau... Weil... Anta ist meistens noch ein eigenes Thema... Ich mein, wir haben das jetzt vorhin so mit... Mit Reinnahmen... Mit eingebunden... Aber vielleicht... Ja... Das Ding... Ich f... Es ist jetzt nicht mein... Aber ich find halt... Wo wir jetzt grad beim Thema waren... Kojiro halt übelst gut... Mhm... Auch... Sehr... Also... Ja... Sehr based... Ne... 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 Also... Da lässt sich nichts gegen sagen... Ist halt mit einer der besten... Da will ich jetzt auch nicht so viel drauf eingehen... Weil ich weiß nicht wie weit Chris ist... Deswegen alles gut... Wer wie wo... Kojiro... Wann... Und so... Muss nicht... Ähm... Deswegen ich... Ich... Ich halt mich bedeckt... Ich weiß noch nicht... Ich versuch gerade... So zu... Ausgesehen als würde ich zuhören... Aber ich hör nicht zu... Wie... Ähm... Wie weit bist du jetzt eigentlich? Ich bin immer noch bei Band... Keine Ahnung... Vier Mitte... Ungefähr... Okay... Aber ich hab auch gerade echt... Äh... Bin echt mal überlegen... Weil ich mach das so... Wie du mir das mal erzählt hast... Was Janice damals meinte... Dass sie... Ah ja... Dass sie das wirklich so Kapitel für Kapitel eher genießt... Immer wenn sie Lust hat... Anstatt das durchzubingen... Und ich hab das Gefühl... Das ist auch für mich der richtige Weg... Und vielleicht... Keine Ahnung... Release anfängt... Das Stück für Stück nachlesen halt... Ne... Mit dem Band... Der erscheint... Oder... Du bingest... Dass wir zum Release vom Vegaboard... In der Vegaboard-Folge machen könnten... Oh... Stimmt... Übern Sommer... Also... Im Sinne von so... Ja... Mach ganz entspannt... Aber... Aber hab's bis Oktober fertig... Ja okay... Bis Oktober ist aber... Kein Stress... Aber... Na... Jetzt musst du mal... Ein bisschen schneller machen... Wann kommt... Der kommt Anfang Oktober glaube ich... Anfang Ok... Ja... Ok... Drei Monate... Dreieinhalb... Machbar... Ach komm... Ja natürlich... Natürlich ist das machbar... Ok... Das machen wir... Ok... Digga... Mir fällt jetzt auch spontan... Keine Ahnung... Und Alice in Borderland... Kommt natürlich auch noch... Ja das kommt auch noch... Ja aber das ist ja trotzdem... Das klingt erstmal viel... Aber... So... Eine... Sunken Rock... Folge Leute... Ey Chris... Real Talk... Das steht... Ok... Da können die 20 Leute in Deutschland... Die das... Gelesen und zuhause haben... Auf jeden Fall mitreden... Aber die werden den Spaß ihres Lebens haben... Richtig... Ja wir müssen ja nicht so deep auf alles eingehen... Aber das können wir nochmal an anderer Stelle besprechen... Ja... Ich weiß nicht... Ähm... Jetzt sind wir ja schon relativ weit in der Folge... Wollen wir noch eine Frage machen... Boah... Für meine Frage reicht's leider nicht... Dann Daniel... Boah du doch mal... Dabei hat er sich doch so gut vorbereitet... Ach ne komm... Ach ne komm... Äh... Wir waren jetzt so ausschweifend... Komm... Das besprechen wir in den nächsten... Ähm... In den nächsten Folgen... Genau... Also... Ich würde sagen... Wir gehen nochmal kurz auf die Dokumi ein... Ich meine in der Mitte haben wir es ja besprochen... Ach Digga... Ja stimmt... Ja... Also ich meine... Ganz erwähnt... Ja... Ah... Mist Mist Mist... Also... Wir wünschen euch viel Spaß auf der Dokumi... Wenn ihr da seid... Yes... Am Samstag... Also... Äh... Ich weiß da noch keine gewissen Daten... Aber am Samstag... Macht Prone... Ähm... Vom MangaOne... Discord Server... Tatsächlich auch immer ein Treffen... Äh... Und da waren wir jetzt auch die letzten zwei Mal... Deswegen... Wird man... Äh... Und zwar dort wahrscheinlich auch sehen... Check gerne den MangaOne Discord Server ab... Dort sind die Infos... Meistens so Samstag 14, 15 Uhr... Äh... Treffen wir uns... Quatschen ein bisschen... Und... Ja... Ich hoffe... Das wird eine geile Messe für uns alle... Ja man... Ähm... Genau... Dann in der nächsten Folge... Dann besprechen wir das zu dritt... Erzählen Chris was abging... Erzählen euch was abging... Yes... Und... Ja... Ich hoffe... Dass ich diesmal ohne Lebensmittelvergiftung... Davon komme... Ich auch... Du machst den Vlog... Oder... Ey... Ich hab's mir fest vorgenommen... Man... Ich hab auch richtig Bock... Nur... Wie... Weiß ich noch nicht... Aber... Werdes schon... Wegen Mikro und so... Ne... Ich hab ja kein Professionelles und so... Und blabl... Mal gucken... Ja... Ich hab da schon... Gehört... Dass du dir da schon was... Zurechtgestellt hast... Ah... Ah... Okay... Okay... Gut... Genau... Ich krieg hier alles mit... Na gut... Also Leute... Wenn euch die Folge gefallen hat... Oder auch nicht gefallen hat... Hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bebedingung auf Spotify... Abonniert unseren YouTube-Kanal... Vielen Dank auch für 500 Abos... 500 Abos... Yes... Äh... Richtig... Ohne Witz... Danke für den Support... Äh... Bis nächste Woche... Bis zur nächsten Folge... Danke euch zwei... Ciao... Macht's gut ihr beiden... Und alle, die zuhören... Tschüss... Bye...